Guten Morgen aus Bergen. Wir haben ja so viele Sachen erlebt in den letzten zwei Wochen, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich ist, aber anhand der Lautstärke einer Bahn, die hier ist, wissen wir, wir müssen wohl in der Stadt sein, wo es eine Straße war, also Bergen. Ich wollte gerade sagen, laut ist das jetzt nicht. Wir haben sehr gut geschlafen. Richtig gut geschlafen, also es war sehr leise hier dieser Platz. Wie gesagt, wir sind gespannt, ob wir im Endeffekt was dafür bezahlen. Ich denke mal, spätestens nächste Woche, am Ende Dänemark, werden wir es dann wissen, dann wird es entweder abgebucht oder nicht. Genau, meistens so zwei Tage gebraucht. Das werden wir einfach sehen. Auf jeden Fall sind die Plätze so gelegt, dass man jeweils einen Parkplatz hat und daneben ist ein Platz freigemacht, sodass man wirklich genug Ruhe hat und keine Probleme hat. Müll kannst du hier entsorgen und Fähr- und Entsorgen haben wir auch. Da ist nämlich gerade hier das Fahrzeug. Da könnt ihr Frischwasser und alles entsorgen. Und wie gesagt, 300 norwegische Kronen, 30 Euro kostet das. Ja, sonst gibt es zu diesem Platz nicht mehr zu sagen, außer dass er natürlich unten in der Infobox verlinkt ist. Jetzt werden wir Fähr- und Entsorgen und dann geht es weiter Richtung Stavanger. Da werden wir heute nicht ankommen. Wir könnten theoretisch ankommen, aber wir haben nicht Lust anzukommen. Wir wollen auf jeden Fall Fähre fahren, die wieder 50% vielleicht interessiert bei Autopass. Fähr- und Entsorgen und Entsorgen. Das große Thema hier. Los geht's! kaum stehe ich hier und singe kommen die lkw von nah und fern die wollen alle nasta banga und paren fähre gern komm auch du fahr mit wäre keine ahnung wir sind hier auf der fähre von noch nicht auf der fähre genau und anscheinend hat da jemand sich wohl verschätzt und dreht jetzt mal weil wollte wohl auch auf die fähre nach ist der bank der wickwack der lustige name und ja funktioniert wunderbar wie sagt mit den autopass ferie gedünst da also bis jetzt aber immer 50 prozent gespart wir werden weiterhin das checken und empfehlen können wir uns euch das auf jeden fall jetzt immer mal gespannt denke mal alle werden sie wieder mitkommen wollte mich auch wunderbar nicht das sind schon größere fähren die überfahrt ungefähr 40 minuten mal gucken ob wir raus müssen oder ob wir sitzen bleiben dürfen weil groß genug wäre sie ich glaube man kann raus also man muss nicht aber man kann raus wie fast bei allen fähren die offen sind deshalb wir schauen einfach mal und ja die einfahrt in das fährmaul das zeigen wir euch natürlich und das und auch die ausfahrt aus dem fährmaul wird hoch und dann mal gucken wie weit wir noch haben heute werden wir nicht viel fahren denn wir haben noch viel zeit das ist pfingstsonntag oder wie heißt das pinkstag pinstag so pinstag pinstag oder ob norwegisch ja ich habe das irgendwann mal man hat es versucht ja man hat es versucht und man ist kläglich gescheitert in diesem Sinne verhaal aber haben wir jetzt auf die fähre there's a lot of colors lost within a haste don't rely on others to get you through them die nicht mehr denn die oder apg hier bei die Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und jetzt müssen wir hier vorbereiten, denn jetzt gibt es gleich Tee Nach dem Stopp machen wir den nächsten Stopp? Ja, tanken Weil wir haben gerade den Tanke gesehen, für 21,59 Euro kostet hier der Liter Sprit Und wir haben es heute schon weitaus teurer gesehen, nämlich bei 25 Euro Oder hat Stefan gesagt, jetzt machen wir das einfach mal schnell ran Und ja, dann schauen wir mal Schwiermama hat dann noch gesehen, oh, da gibt es Erdbeeren Haben auch noch Erdbeeren gekauft, ein ganz kleines Schälchen für 55 Norwegische Kronen Ja, ist ein bisschen teuer Die war auch völlig irritiert, dass ich nämlich auf einmal mit Bargeld bezahle und zwar mit Norwegischen Kronen Die Leute haben wir schon in die Karte hingehen und gesagt, nee, brauchen wir nicht Quittung haben wir jetzt nicht mitgenommen, das kann man sich so merken Und AdBlue Ja, Teddy hat AdBlue verlangt Wir noch nicht, aber Teddy auf jeden Fall Und ja, das ist nicht so ganz so billig Da steht es, da ist der Zettel Da sind wir irgendwie bei Bist du Plem Plem? 30 Hast du eine Jacke gekauft? Hast du das ganze Shell-Unternehmen gekauft? Also 598 Ja, ja, aber für zwei Kanister 10 Liter Hmm 299 Norwegischen Kronen Der ist doch wohl Plem Plem Ja, was soll man machen? Hilft nichts, wir müssen es haben, das Zeug und das Zeug ist auch selber toll Ich habe auch einen Tankpinkern können Ja, ja Das bewirkt das aber nicht leider Das weiß man nicht Nee, ich glaube, so einfach geht das nicht Das heißt, du hast das bezahlt? Ich habe das jetzt mit der Karte bezahlt Alles klar, muss ich wissen, weil muss ich ja auf die Rechnung schreiben Richtig Und wir fahren jetzt weiter Genau und hoffen, dass wir unseren Platz kriegen In einer halben Stunde sollen wir da sein Und nicht mehr Andere Alles aufgegangen Gott sei Dank, über die Brücke da sind wir gefahren und von dort aus konnten wir schon sehen, ob dieser Platz hier frei ist oder belegt ist. Wir haben richtig Glück, dass er frei ist. Und wenn ihr mal das Glück haben wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr wieder den Platz und auch den direkten Link von Park4Night. Für euch nochmal ein wichtiger Hinweis, ihr werdet nicht von Park4Night irgendwie gesponsert, was wir wissen, dass diese App am meisten genutzt wird. Und deshalb haben wir jetzt einfach mal den Direktlink jetzt reingepostet, ist vielleicht auch für euch einfach ein bisschen einfacher, braucht ihr nur draufklicken und dann geht's schon auf. Einzige Sache, ihr müsst die App natürlich auch beim Handy haben, sonst geht's vielleicht nicht wirklich oder ihr habt eine Webseite, die nicht deutlich euch außeragreffiert. Aber wir sind froh, dass wir hier sein können, wir sind gespannt, wie die Nacht sein wird, weil es könnte laut werden. Die E39 hört man halt so ein bisschen, aber ich finde jetzt so im Moment, so wie der Wind jetzt steht, ist es alles sehr gut erträglich. Wir werden einfach euch darüber berichten und Stefan macht jetzt nur einen Schwenki über den Platz, damit ihr seht, wie er aussieht. Und ich gehe rein, weil draußen drin ist es nicht so windig wie draußen. Und ich gehe rein, ich gehe rein, ich gehe rein, ich gehe rein. Stefan hat mich zum Essen gerufen und Essen gibt es nebenan, jetzt muss ich mal gucken, ist es wirklich windig hier? Ist gar nicht windig. Von wo kommt der Wind hier neuerdings? Hinter dem Auto ist es nicht windig. Ist ja Hammer. Ja, ich mach mal eine ganz tiefe Blickung. Bei Stefan gibt es heute nur Soße. Quatsch mit Soße. Hahaha, er macht hier wieder Quatsch. Und falls ihr euch fragt, was das auf dem Schild steht, auf dem Schild steht Ankern verboten. Ankern wollen wir hier nicht. Deshalb ist auch hier campen, campen tun wir auch nicht, sondern einfach nur ausruhen und dann gehen wir auf jeden Fall rein in Teddy. Da werden wir heute nämlich speisen. Die da, also einer von denen da, also der da, mit dem Quatsch mit Soße, der kriegt heute Fisch und ich krieg das Essen von vorgestern. Da sieht ihr mal, wie die Prioritäten sind. Nein, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Fisch. Ich bin kein Fischmensch, an anderen Fisch, Fisch, Fisch. Ne, 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 will ich nicht. Und ja, deshalb kriege ich das Essen von vorgestern. Auf jeden Fall können wir sagen, richtig geiler Spot, richtig tolles Wetter. Was will man mehr? In diesem Sinne, was sagen wir jetzt? Mahlzeit. Jetzt haben wir uns im Auto bequem gemacht, mal wieder. Ich habe gerade die Vorbereitung für den Film Atlantikstraße fertig gemacht. Stefan hat also heute keine Lust mehr zu schneiden, weil er müsste da noch acht Szenen machen. Das wird er aber noch machen müssen, mindestens hier in dem Urlaub. Also in Norwegen wird er das noch fertig machen müssen. Ja, das machen wir morgen. Aber heute ist mal Ruhe. Das Video soll ja schon bald rauskommen. Also rugi zucki geht das hier. Eins noch ein Anderen hat einfach den Grund, wenn wir dann zu Hause sind, haben wir noch viel, viel zu tun außerhalb der Videobranche, dass wir dann einfach mal sagen können, dass wir wahrscheinlich nach der kompletten Tour inklusive natürlich nochmal zwei Videos, die wir planen. Einmal die Roomtour. Wir planen tatsächlich nochmal eine komplette Roomtour mit allem, was wir dazu gebaut haben. Ja, also da geben wir hauptsächlich auch darauf ein, auf die speziellen Ausbauten, die wir gemacht haben. Also die Verbesserungen und so weiter. Genau. Aber deshalb ist es unsere Roomtour. Und dann gibt es noch ein Video, weiß ich gar nicht. Achso, natürlich Fazitkosten von Norwegen. Das kommt dann auch noch. Und dann werden wir wahrscheinlich, wenn nichts anderes dazwischen kommt, vielleicht mal eine kleine Pause machen, weil wir haben jetzt sehr viele Videos online gestellt. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Noch sind wir mittendrin statt nur dabei. Wir stehen hier wunderbar irgendwo an der E 39, 36? 39. Aber weit genug weg, dass man zumindest in Ruhe hier schlafen kann. Das wird eine richtig gute Nacht werden. Ich sehe Schäfchen. Ich kann nachher so Schäfchen zählen. Ja, siehst du. 1, 2, 3, 4. Wir haben nur zu der Seite kein Fenster. Das ist natürlich das Problem. Ich habe da am Fenster oben. Achso, okay. Dann guckst du durchs Dachfenster. 21, 22. In diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Bis morgen. Bis dann! Untertitelung des ZDF für funk, 2017